Du bist Musiker. Du hast einen Song oder eine Platte aufgenommen und möchtest sie jetzt veröffentlichen. Deine Musik bewerben sie, einfach und rechtssicher verkaufen. Du hast keinen Labelvertrag oder du bist bei einem Label unter Vertrag und suchst immer neue Kanäle, um deine Musik zu vertreiben und dich und deine Band zu präsentieren. Du bist Mitglied einer Verwertungsgesellschaft, nutzt Creative Commons, Copyright oder pfeifst auf jede Sicherung. Du betreibst selbst ein Label? Bei Inicat kannst du deinen kompletten Katalog oder nur Teile davon online stellen und zum Download anbieten. Bei Inicat bist du in jedem Fall richtig. Hier können private Musiker ebenso wie professionelle Labels Musik bewerben und ganz einfach verkaufen. Wir unterstützen euch mit allen rechtlichen Grundlagen. Wir haben für dich Verträge mit allen Verwertungsgesellschaften im deutschsprachigen Raum geschlossen. Wir stellen dir rechtssichere AGBs zur Verfügung, generieren deine Rechnung und eine Erlösstatistik deiner Einnahmen zur Abrechnung bei deinem Finanzamt. Du kümmerst dich um alles Kreative. Gestalte dein Profil, deinen Blog, nutze Fotos und Videos. Du bestimmst natürlich die Preise für deine Songs und Alben selbst. Deine Fans können auf Inicat auch kreativ werden und selber entscheiden, ob sie für deine Musik mehr bezahlen. Alle gesicherten Rechte der Songs bleiben natürlich bei dir. Über 90% der Einnahmen kommen direkt auf deinem Konto an. Vernetze dich mit anderen Musikern und deinen Fans und nutze die wechselnden Angebote von unseren Partnern, zum Beispiel attraktive Mastering-Deals. Wir sehen uns auf Inicat.com Inicat. Free your music.